Mein Name ist Fritz Hebendanz aus Forchheim. Ich bin Brauer bzw. Braumeister, auch als der Kleinnahme der Brauerei Hebendanz in Forchheim. Unser Betrieb besteht seit 1579 in der 6. und 7. Generation. Ich war schon mit sechs Jahren in der Füllerei mit integriert. Man hat mich auf Bierkästen gestellt und ich habe dann die Bierflaschen von der Energiemaschine in den Bierkasten stellen dürfen. Und das war eigentlich immer ein Erlebnis, auch mit Bierausfahren und so weiter. Und der Beruf hat mich eigentlich so fasziniert, dass eigentlich für mich nie andere Beruf im Ding gekommen ist. Also ich möchte, das wäre nicht, das wäre nur einfach mehr, wenn mich einer gefragt hat, was willst du werden? Na, was wäre ich auf Fränkisch? Braue. Musik 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 Wir in Bayern, bzw. wir reden ja dann von Franken, hauptsächlich Oberfranken dazu, muss ich dazu sagen. Bei uns ist es noch ein Grund Nahrungsmittel, einfach, ich denke, das bisschen Alkohol, weil ein Bier ist, früher hat es ja bei der München geheißen, fünf Bier ergibt ein Schnitzel und in der Fastenzeit, warum haben sie in der Fastenzeit Bockbier gemacht, weil sie nicht essen haben dürfen. Und ich denke, wenn viermal Bockbier gehabt haben, waren sie auch satt, also beiderseitig vom Bauch her gesehen, auch vom anderen Sinne her gesehen, ohne Ruh haben sie auch gemacht. Von der Generation her gesehen, ich bin jetzt 62 Jahre alt, also meine Tochter ist Braumeister, mein Schwiegersohn ist Braumeister und ich hoffe, dass die meine Fußstapfen treten, bzw. die sind schon eingetreten. Mein Name ist Daniel Heuer-Ebendanz, ich bin der Schwiegersohn von Fritz Hebendanz und bin seit 2007 hier am Ruhmister. Musik Wir nehmen noch Naturhopfen, unser Hopfen kommt aus der Hallertau und wir verwenden reine Naturhopfen, also keine Pellets und keine pulverisierten Hopfen, weil wir einfach sagen, ein bisschen Tradition, ein bisschen Ding ist noch da. Und ich denke, der Doltenhopfen ist zu vergleichen, wie wenn ich Teeblätter nehme oder wenn ich Teebeutel nehme. Einfach die Auslaugung von Hopfen-Dolten ist wesentlich besser, als wenn ich jetzt bloß noch sage, ich nehme es pulverierte. Bierbrauen selber hat sich eigentlich nicht viel geändert. Wir machen das nach wie vor, auch wie früher, noch, es wird fast jeder Sud von, oder jeder Sud von Hand geführt. Also das heißt, jeder Schalter, jedes Ding wird von Hand eingeschaltet, ausgeschaltet, auch die Proben genommen und so weiter. Wir verlassen nicht nur auf der Technik, sondern es ist noch richtige Handarbeit. Musik Der Bekannungsgrad vom Bier ist eigentlich unabhängig vom Ding, der Kundenstamm. Wir haben Stammkunden, wir haben wandernde Kunden, wir haben Fremde da und ich denke mir, ich höre es immer wieder, wenn ich sage, Fritz, dein Bier ist heute wieder super. Oder Mensch, ein super Festbier oder egal, ein super Weizen, egal was wir machen. Also es ist immer, wenn man Lob hört, ist es immer gut. Das ist eigentlich das Schöne daran, dass man einfach noch Kontakt hat zum Kunden direkt. Ich finde es einfach ideal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020